Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind jetzt in einer so gefährlichen Situation, wie wir sie noch nicht einmal 2007, 2008 hatten. So der frühere EZB-Präsident Trichet. Das haben die Linken und Grünen nun auch erkannt. Die Anträge liegen uns vor und kommen jetzt mit ganz abstrusen Vorschlägen. Wie soll man dieses System stabiler machen? Dies Ganze gespickt mit oberflächlich linkem Populismus, gewürzt mit Elementen der sozialistischen Lehre. Man könnte auch sagen, das linksgrüne Narrenschiff nimmt Fahrt auf. Haben Sie belastbare Wirtschaftsprognosen? Wissen Sie, wie die Wirtschaft sich in den nächsten Jahren entwickelt? Kennen Sie die Wirkungsmechanismen und makroökonomischen Zusammenhänge? Von der AfD lernen heißt Siegen lernen. Also hören Sie mir zu. In Deutschland gab es bis Anfang des Jahrtausends verlässliche Wirtschaftszyklen, so etwa vier bis sieben Jahre. Seit der Machtergreifung Merkels sind diese Zyklen durch Interventionen, europäische Interventionen quasi nicht mehr erkennbar. Dies nicht etwa, weil Europa eine Erfolgsgeschichte ist, sondern wegen einer völlig verfehlten Zins- und Geldmengenpolitik der EZB. Hiervon profitiert Deutschland zwar kurzfristig, doch es bauen sich auf der anderen Seite gigantische Risiken und Haftungsverbindlichkeiten auf. Ich möchte an dieser Stelle nur Tage zwei nennen und die kalte Enteignung unserer Sparer. Ich prophezeie Ihnen in sehr absehbarer Zeit eine Rezession gefolgt von einer Depression. Aufgrund der Haftungen kann dies für Deutschland extremst schmerzhaft und teuer werden. Ja, der deutschen Wirtschaft geht es zurzeit gut. In guten Zeiten betreibt man Vorsorge, man spart für schlechte Zeiten. Aber was macht unsere Regierung? Sie ballert das Geld raus, und zwar mit beiden Händen. Für die Integration illegaler Einwanderer und für Transferzahlungen an die EU. In den großen Fragen unserer Zeit hat diese Regierung komplett versagt und glaubt, durch Dieselverbote und Aufstellen von Windrädern das Weltklima verändern zu können. Dabei werden wichtige Investitionen in Deutschlands Zukunft vernachlässigt. Deutschland wird nicht zukunftssicher und zukunftsfähig gemacht. Ich möchte nur einmal den mangelnden Breitbandausbau, die mangelhaften Bildungssysteme nennen und eine mangelhafte Digitalisierung von der Bekämpfung der Kinder- und Altersarmut einmal ganz zu schweigen. Dabei streitet man sich um Personalien, versucht mit Gewalt an der Macht zu kleben. Ich möchte schon gar nicht mehr von einer großen Koalition sprechen, wenn ich in den Umfragen 40 Prozent plus einem ganz kleinen X sehe. Die GroKo hat fertig, meine Damen und Herren. Liebe Grüninnen, schön, dass Sie die Folgen der Niedrigzinspolitik jetzt erkannt haben. Für die Sparer- und Altersvorsorgeprodukte ist dies in Deutschland eine Katastrophe. Es ist schier der Existenz des Euros über heterogene Volkswirtschaften hinweg geschuldet. Die EZB hat das Mandat, die Eurozone um jeden Preis zu retten. Whatever it takes, sagt Draghi. Whatever it takes. Deutschland braucht ein höheres Zinsniveau als schwächere Teilnehmerländer und einem dem Wirtschaftswachstum angemessene Geldmenge. Der einzige Weg, um dies zu erreichen, ist eine unabhängige Notenbank, eine Notenbank, wie es die Deutsche Bundesbank bis 1998 war. Die AfD stimmt der Überweisung der Anträge in den Finanzausschuss zu. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Keuter. Bevor ich dem Kollegen Mietin-Hack-Werdi das Wort erteile, möchte ich nur eine Klarstellung treffen. Die Bundeskanzlerin muss Deutschland jetzt nicht im Wege der Machtergreifung sozusagen zu ihrer Position bekommen, sondern im Wege einer demokratischen Wahl. Als Nächste ist für die SPD-Fraktion der Kollege Mietin-Hack-Werdi.